Hallo und herzlich willkommen, liebe SocialSwap.io Community. Ich freue mich sehr, euch zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Und in diesem Video habe ich die Ehre gewandt, mit Dennis den Lifestyle-Pool Nr. 1 zu launchen. Dennis, bist du bereit? Yes, ich bin ready. Also lass uns dieses geile Produkt mal vorstellen. Wirklich sehr, sehr gerne. Ich meine, die meisten Leute wissen schon, was ein Lifestyle-Pool ist oder was ein Community-Pool ist. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, schauen wir noch mal gemeinsam im Pool, der heute am Abend um 21 Uhr launcht. Für 25 Leute gibt es eben die Gelegenheit, als Bonus nicht nur SSD zu finden. Das kennt ihr ja sonst von allen anderen Solo-Pools, Bearing-Pools und Community-Pools. Aber es gibt eben auch als Bonus über das Year hinaus, auch dieses legendäre Lifestyle-Produkt zu bekommen. Und zwar Premium-Wodka in 1,75 Liter Version in dem Geschenkskarton mit SSD-Branding. Dennis, du bist ja nicht so der Wodka-Trinker, oder? Also ich trinke grundsätzlich nicht so viel, aber ein Wodka so auf einer Party dann doch schon mal gerne. Belvedere habe ich zum Beispiel nie so auf dem Schirm gehabt. Ich war immer so beim Russian Standard. Echt? Nee, nee, da wäre der, glaube ich, schon die bekanntere und verrücktere Flasche oder halt Marke. Aber der Punkt ist der, ihr bekommt heute die Gelegenheit, wenn ihr bei diesem Pool pünktlich mit dabei seid, für 20.000 SSC, das sieht man auch hier rechts im Screenshot, für 25 Personen maximal eben diesen Bonus zu bekommen. Wichtig ist hierbei, wie auch bei allen anderen Community-Pools, dass die, ja, die SSD, die weggelockt werden, also in dem Fall die 20.000 SSC für 100 Tage nicht erreichbar sind. Sorry für die kleine Unterbrechung, wo mir jetzt gerade geklingelt, Dennis. Was bedeutet es denn für diejenigen, die nicht im Pool teilnehmen, dass über 25 Leute bereit sind, 20.000 Token wegzusperren, dass diese halbe Million Tokens weg vom Markt ist? Ja, je weniger Token im Umlauf sind, desto schneller kann der Preis natürlich steigen. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier solcher Community-Pools haben. Aber wir wollen die Leute, die das natürlich machen, auch fürstlich belohnen. Nicht nur, indem sie hier SST verdienen, sondern es gibt physische Produkte. Das ist etwas, ja, was es sonst so nirgends gibt. Also, ich kenne es in dieser Form nicht. Und LK, wir haben hier einen richtig coolen Bonus mit einer wirklich gebrandeten Flasche. Ich freue mich schon, wenn meine Flasche dann hier demnächst stehen wird. Beleuchtet ist sie sogar, ja, mit dem Social Swap Branding. Und die Coins sind erstmal gelockt für 100 Tage in diesem Fall. Aber, ganz wichtig, du kannst jederzeit natürlich hier claimen. Und es ist begrenzt auf 25 Leute, also sichert ihr auf jeden Fall so eine Flasche. Wenn der Pool komplett voll ist mit 25 Leuten, dann beträgt, ja, die APY circa, ja, die tägliche Ausschüttung circa 0,2 Prozent. Wenn es weniger Leute sind im Pool, dann kann es natürlich durchaus höher sein. Aber wir haben es begrenzt, ganz bewusst, ja, und da werden in Zukunft noch viele, viele andere spannende Pools kommen. Aber das ist wirklich so der erste Startschuss jetzt in diese physische Produktreihe, die wir hier launchen. Und schauen wir nochmal ganz kurz rein. Wenn du da heute pünktlich um 21 Uhr teilnimmst im Pool, hast du entweder die Gelegenheit, einfach auf die Programmierung zu warten, dass man es dann wirklich über die Wallet auslesen kann. Wenn du das aber nicht erwartest, was ich voll und ganz verstehen kann, es ist diesmal was anderes im Vergleich zum Boxen- und T-Shirt-Bool. Das Produkt ist wirklich schon hier und sofort lieferbar. Also es geht sofort wirklich raus, indem du eine E-Mail an community.socialswap.io schickst mit folgenden drei essentiellen Infos. Einmal, ja, die Adresse, einfach die Adresse deiner Tronlink-Wallet oder deiner Tron-Wallet schicken, dass wir auch sehen können, über die Blockchain ist das abgewickelt worden. Deinen Namen und deine Lieferadresse, wohin sollen wir dir diese Flasche schicken, plus eben ein Screenshot von Tronlink, einfach zum Beweis, dass wir auch sehen können, okay, diese Wallet gehört dir, ist dir zuordnenbar. Und das ist jetzt erstmal der Prozess, wie es jetzt läuft. Wir haben es ja schon angesprochen, in Zukunft wird das alles automatisiert über die Webseite laufen, wo dann euer Wallet quasi ausgelesen wird, dass ihr im Pool drin seid und ihr dann auf der Webseite dann in Zukunft die Daten machen könnt. Aber wir wollten diese Flaschen einfach so schnell wie möglich an euch rausschicken und da freue ich mich schon drauf, wenn man die ersten Fotos... Schauen wir noch mal ganz kurz auf das Video, würde ich sagen, oder Dennis? Absolut, absolut. Das Video ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Schauen wir gerade die letzten Bassegründen, weil da sieht man noch die Flasche eben selbst und hier sieht man die selbst gebrandete Flasche. Machen wir lieber ohne Musik. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Enter now the Community Pool. Und hier seht ihr noch einmal die Flasche. Ich glaube, das wird schon ziemlich, ziemlich legendär. Ja, es ist natürlich 1,75 Liter, ist natürlich schon eine Menge. Du hast zum Beispiel letztens auf eine Party diese Flasche mitgenommen als Geschenk, was sehr gut angekommen ist, ne? Ich habe dem Gastgeber dann dementsprechend diese Flasche geschenkt und es war so ein bisschen, weil eben der Raum auch ein bisschen dunkel war und die Flasche geleuchtet. Das war schon ein kleines Highlight, hat schon cool ausgeschaut. Ja, also kleiner Flex am Rande. Dementsprechend, liebe Community, ja, unbedingt teilnehmen heute um 21 Uhr. 25 Plätze gibt es. Kann sein, dass du schnell ausverkauft bist. Ich kann aber die Community gar nicht einschätzen noch, wie sie auf diese Lifestyle-Produkte reagiert. Auf alle Fälle pünktlich sein und mit dabei sein. Plus, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, schreibt einen positiven Kommentar, aktiviert die Glocke. Mich würde auch generell in den Kommentaren sehr interessieren, was ihr über diese oder ähnliche Lifestyle-Community-Pools denkt. Dementsprechend, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis bald, bis zum nächsten Video und tschüss. Bis bald, 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 bis bald